Wusstest du, dass in unseren Nachbarländern, in Mecklenburg-Vorpommern, in Bremen, in Hamburg, in Niedersachsen die Gebühren für die Kinderbetreuung abgeschafft wurden? Nur hier in Schleswig-Holstein müssen Eltern weiter zahlen. Wir schaffen endlich auch in Schleswig-Holstein die Gebühren für Krippen und für Kitas ab. Eine Familie mit zwei Kindern wird dadurch ungefähr 2500 Euro im Jahr sparen. Schleswig-Holstein braucht eine Landesregierung, die Familien den Rücken frei hält. Wenn du das auch willst, Thomas Losse-Müller und die SPD wählen. Besser ist das.